Wenn wir das Entstehen eines Bauwerkes betrachten, die Gewinnung der Materialien aus der Erdkruste, ihre Weiterverarbeitung zu Baustoffen, die Herstellung von Halbzeugen und letztlich der Endprodukte wie dem Bauwerk selbst, dann sehen wir quasi die Materialströme, die jeweils aufgewendete Energie und die entstehenden Emissionen. Und wir stellen fest, dass gerade diese Emissionen, die bis zum ersten Betreten des Gebäudes entstanden sind, größer sind als diejenigen, die in der Nutzungsphase entstehen. Auch größer sind als diejenigen, die in Um- und Abbauphasen entstehen. Das bedeutet aber, dass wir beim Planen der Gebäude woanders hinschauen müssen. Es ist nicht der Energieverbrauch in der Nutzungsphase allein, der von Relevanz ist. Es sind vielmehr der Energieverbrauch in der Herstellungsphase sowie die Emissionen, die bereits in dieser Herstellphase in die Atmosphäre eingeleitet werden. Diese Emissionen, die im Zentrum unserer zukünftigen Betrachtung unseres Ringens nach Verbesserung und Optimierung stehen müssen.